Morinda Body ist die neue Produktlinie von Morinda. Body Conquer mit seinen besonderen Zutaten wie Flohsamschalen, Phase 2, dem Extrakt weißer Kidneybohnen und Vitamin A hilft Ihnen, den empfohlenen Ballaststoffbedarf zu decken. Genießen Sie Body Conquer in Kombination mit einer ausgewogenen Ernährung und genügend Bewegung. Die Morinda Body Linie ist eine tolle Chance für Sie, sich für den True Age Lifestyle zu entscheiden und sich rundum wohl zu fühlen. Body Conquer ist reich an Ballaststoffen, so wird es noch leichter, täglich genügend Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Flohsamschalen gehören zu den wichtigsten Ballaststoffen im Body Conquer. Sie unterstützen ein intaktes Verdauungssystem. Da es mit Stevia gesüßt ist, ist Body Conquer auch zucker- und kalorienarm. Die neuartige Rezeptur von Body Conquer enthält Phase 2, den Extrakt weißer Kidneybohnen, der die Aufnahme und die Umwandlung von Kohlenhydraten verlangsamt. Body Conquer ist ideal für alle, die allzu kohlenhydratreiche Ernährung vermeiden wollen. Das Tolle an Conquer ist der Extrakt weißer Kidneybohnen. Die meisten Kohlehydrate in unserer Nahrung sind miteinander verbunden wie die Waggons eines Zuges. Enzyme im Körper trennen die Waggons, das heißt sie spalten die Kohlehydrate in einfacher Zucker, sodass der Körper sie aufnehmen kann. Phase 2 verlangsamt diesen Vorgang. Sie bleiben miteinander verbunden und werden vom Körper einfach ausgeschieden. Conquer enthält auch Flohsamschalen, ein Ballaststoff, der ein intaktes Verdauungssystem unterstützt. Ballaststoffe sind unverzichtbar für unseren Körper. Grundsätzlich gibt es zwei Arten, lösliche und unlösliche Ballaststoffe. Body Conquer ist besonders reich an diesen Ballaststoffen, sodass sie sich rundum wohlfühlen können und all das bei wenig Zucker. 0 Ready, 2.0 Body Conquer Covid-19 Body Conquer iges Tun Voort 2.0 Ad 3.0